so ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu call of doom examination day folge 5 oder besser gesagt map 05 immer so witzig wenn du sagst map und den map namen heißt map 05 weil die map selber map 05 heißt kann man machen wenn man möchte sorgt dazu ein bisschen für verwirrung gerade wenn man neues und wenn man jetzt sagt okay ich möchte noch mal sagen welt 05 aber gut oder bin ich gerade dumm bestimmt gar nicht doch genau naja so da haben wir hier wissen willkommensgruß abgeben ich finde es jetzt bereut es keine teil der waffe zu haben hey komm ich mach klassisch das macht so überhaupt keinen sinn einfach durch rennen macht so halt viel mehr sinn hallo so so naja so da die operativen granate So, hat er ein paar angelockt oder was? Nein, er fehlt ja auch noch, oder? Ich höre doch hier noch einen. Hallo? Oh, ich habe einen, dann. Was? Ah, fuck you. Ich hab den E2 wieder her. Ich hab den E2 wieder her. Ich hab den E2 wieder her. So. So. Wie sieht es eigentlich hier mit Waffen aus? Ähm... Nicht so gut. Ja. bleib ich jetzt mal vorerst bei der hallo was mache ich gerade? kannst du uns einfach mal die waffe wechseln? so, da hat euch jetzt auch noch irgendjemanden aufgeweckt ich könnte schwöre ich hätte mir noch einen cutshot gunner gehört sag ich doch ach so, da oben wahrscheinlich, in dem gebürz mhm, Pizza, ja gut hallo? warte, warte, warte Das war's für heute. So, sehr schön. Ähm, ja komm. Fuck. Da wird es schon in Position gehen und, naja. War das wirklich eine dumme Idee. Brauchen wir nicht drüber reden. War eine richtig schöne Ronny-Idee. War das! Das war's für heute. 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 Oh Gott. Revenants. Das war's für heute. 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 Und natürlich kein Revolver dabei gewesen. Kein einziger fucking Revolver. Mann, ich will eigentlich mal einen Revolver haben. Oh. So. Hallo? Habt ihr dich gesehen? Wo bleibst du jetzt? Also, da bist du ja. Was? Denkbar schlecht ist jetzt Zeit um nachzuladen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. also wenn wir auf keinen schwarzen Penis man muss es nur richtig treffen, also an der richtigen Stelle treffen und zwar hier unten richtig schön mitten im ich meine. So, damit ich auch mal eine ordentliche Sicht habe kann ich mich deprimieren, wenn man da nichts sieht an der Stelle wow, lol ok ok Das war's für heute. So, dann, also erstmal hier noch die Pinkies. So, und jetzt kommen die netten Herren vom Glanzwein. Wobei ich nicht weiß, ach so halt, ich muss da rennen anfangen. Ne, hä? Ach Quatsch! Hier ist der Anfang. Ich hab Extermination schon lange nicht noch durchgespielt. Ähm, die Erinnerungen an den Maps verschwinden langsam. Das war das letzte. Also doch erstmal hier. Ach komm. So, und ab jetzt sind die, äh, Fücher da. Irgendwo. So. So. Gehen wir nochmal ins Waffenlager. Äh, voll und schön für alle Munition. Dann können wir die auch auf diesen tristen Ort verlassen. Aber hier gibt's halt nichts für Pistolen, ne? Keine, keine Pistolen, Munition und schon Pistolen an sich schon gar nicht. Ich meine, ist natürlich an sich auch kein Problem, weil in der Regel hat man bereits eine Pistole. Aber, naja. Normalerweise, ne? Hätte man denn Glück gehabt. Und an der Stelle wo die Pistolen denn sind, werden wir vielleicht doch ab und zu mal Revolver gespawnt. Denn leider spawnen Revolver nur da wo Pistolen normalerweise sind. So. Äh, achso. Welche Waffe gehen wir in die nächste Map? Ich würde mal sagen, wir gehen mit... Doch mit der hier. Oder mit der hier. Auch mit der hier. Oder mit der hier. Nein. Mit der. Doch mit der. Da haben wir auch am meisten Munitionen. Haben wir ganz davon abgesehen. Ach ja. Auch die Map. Oh. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Äh Map. Na ich doch. Ja.